Hallo aus Seagrauts Freunde, willkommen zurück hier bei uns auf dem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid zur Wochenendflaschenpause, wie ihr das an einem Freitag eigentlich von uns gewohnt seid. Wir haben hier wieder super viele Themen für euch vorbereitet und wir fangen dann auch direkt an. Und zwar ganz oben natürlich, wie ihr habt gehört, mit Barships. Ja, World of Warships lädt euch ein oder ihr könnt daran teilnehmen, wenn ihr wollt. Ihr müsst 18 Jahre alt sein, dann könnt ihr Kontributoren in Berlin treffen. Und zwar im Rahmen des TwitchCon-Events in Berlin, wo ihr ja auch Karten gewinnen könnt. Da hatten wir euch in der vergangenen Flaschenpost schon mal drauf hingewiesen. Ja, könnt ihr euch dann abends hier mit Kontributoren treffen oder eben anderen bekannten Gesichtern. Dann Chrysanthos, Mr. Conway, Femenli, wie sie glaube ich ausgesprochen wird. Die amerikanische World of Warships, wie nennt sich die, Community, irgendwie was. Also auch Wargaming-Angestellte, Community-Coordinatorin, so ist es. Und dann, ja, wer ist noch dabei? Hellrig, Cloud2011, Kolia Solo, Flambas und so weiter. Am 13. April 20 Uhr ist der Punkt-Club im Salz-Club, so heißt es, Salz-Ufer 20 in Berlin. Da findet das alles statt. Ihr müsst euch registrieren, lockt euch oben ein, klickt auf Registrieren. Wie gesagt, ihr müsst 18 Jahre alt sein. Wer Bock hat, hier kann man sicherlich, ja, sehr viel Spaß haben. Link kommt natürlich wieder unten in die Beschreibung. Nächster Punkt ist Kompensatieren. Und zwar gab es auf dem EU-Server technische Probleme zwischen dem 22. Februar und 2. März. Ich habe davon glücklicherweise nicht ganz so viel gemerkt, muss ich ganz ehrlich sagen. Oder ich kann mich gerade nicht daran erinnern. Auf jeden Fall gibt es dafür was. Und zwar ein Tag World of Warships Premium-Spielzeit. Einen Luftversorgungscontainer, also gut für die Sammlung. Vier Sulu-Signalflaggen und vier Papa-Papa-Signalflaggen. Wichtig ist, das ist nur die Ankündigung. Ihr müsst quasi zwischen dem 22. Februar und 2. März gespielt haben. Das heißt, heute und, ja, eigentlich nur heute. Weil März 0 Uhr ist ja quasi in gut 5 Stunden. Von daher müsst ihr jetzt gleich gespielt haben, wenn ihr diese Flaschen postet. Einfach kurz einloggen, ein Gefecht fahren, fertig ist der Lack. Und schon habt ihr die Chance, Kompensation zu bekommen. Und diese wird ab dem 4. März 16 Uhr bis 19. März 0 Uhr angeboten zum Abholen. Das wird dann wieder bei uns in der Flaschenpost. Natürlich werdet ihr darüber informiert. Oder ihr geht dann halt auf die World of Warships Portalseite. Und habt dann da eben die Möglichkeiten, diese Sachen nochmal zu requesten. Und, ja, das wird wahrscheinlich unter dem gleichen Artikel hier sein. Da kommt dann ein Link dazu. Request. Ihr müsst wieder eingeloggt sein. Also die üblichen Geschichten. Ein bisschen schade, dass man das abholen muss. Weil eigentlich war ja jeder, in Anführungsstrichen, sozusagen, wenn man sagen möchte, geschädigt. Ja. Und der Tranner müsste eigentlich für Wargaming möglich sein, zu tracken, welche IDs die eingeloggt haben in den Zeitraum. Und die bekommen das einfach pauschal gut geschrieben. Finde ich ein bisschen schade, dass man das irgendwie klicken muss. Aber sei es drum. Einfach akzeptieren. Einfach durchführen. Fertig. So. Nächster Punkt ist dann, die Waffenkammer kommt. Hä? Waffenkammer? Was ist das? Ja. Mit dem Update 082, also das, was Ende März auf den Server aufgespielt wird, wird das Arsenal durch die Waffenkammer abgelöst. Es war wohl ein Wunsch aus der Community. Und dem wird jetzt quasi nachgekommen. Außerdem wird mit der Waffenkammer auch diverses Equipment, was man vorher im Forschungsbaum erwerben konnte, nämlich die Premium-Schiffe für Dublon, ins Arsenal verlegt. Und man hat sich entschieden, etwa 50 Premium-Schiffe in diesen Store, in diese Waffenkammer in-game hinzuzufügen. Grund dafür soll sein, dass es einfach übersichtlicher ist, welche Premium-Schiffe es gibt. Und sie haben da wohl irgendwie einfach bessere Filtermöglichkeiten. Also in Sachen, außerdem soll der Forschungszweig entschlackt werden. Also so, dass wirklich da nur die Forschungsschiffe drin sind und alles andere dann eben in Anführungsstrichen nur noch in der Waffenkammer verfügt wird. Also die ganzen Premium-Sachen halt. Dazu soll das führen. Ich finde das erstmal nachvollziehbar. Ich finde es erstmal gut. Mal gucken, was sie nachher noch so alles draus machen. Ja, wir werden da sicherlich das ein oder andere Mal vielleicht auch den Kopf schütteln. Das ist im Leben immer so. Man hat immer verschiedene Ansichten. Wargaming hat ihre. Ihr als Spieler habt andere. Möglicherweise oder nicht immer andere, sondern prinzipiell ist die Ausrichtung von World of Warships ja schon sehr spieleorientiert. Da gibt es ganz andere Spiele, wo man auch zum Beispiel keine Kompensation erhält. Muss man mal ganz klar sagen. Danke, Wargaming. So. Nächster Punkt. Nachdem wir über die Waffenkammer kurz gesprochen haben. Wo viel mehr gibt es dazu aktuell nicht als Information. Kommen wir dann zur Exeter. Exeter kostenlos. Und das sind quasi dann auch schon, jetzt habe ich hier schon zu weit runter gescrollt, die Informationen zum Wochenende hin. Da haben wir eine ganze Menge. Ihr habt die Liste ja gesehen. Also, ihr könnt die Exeter ab heute quasi kostenlos erspielen. Und zwar in einer Auftragsreihe, die aus vier Abschnitten besteht. Insgesamt vom 1. März bis zum 29. März geht um 6 Uhr los und geht bis zum 29. März 6 Uhr. Also von Freitag bis Freitag kann man sagen. Und ja, am Ende bekommt ihr die Exeter und ein Kapitän mit sechs Fertigkeitspunkten. Ein Hafenslot, also das, was dazu gehört. Ja, und solltet ihr die Exeter schon haben, gibt es 4000 Dublonen. Das heißt, diejenigen, die die Exeter gekauft haben, dazu gehen wir gleich nochmal über, die haben schon mal 4000 Dublonen. Und da gibt es noch was, was ihr bekommt, wenn ihr die Exeter kauft. Aber das ist ja nur additional. Ich möchte euch darüber, wie gesagt, auch diesmal möchte ich es ganz klar wieder sagen. Wir werden auch über den Premium Store reden. Aber da möchte ich euch nur darüber informieren, der Vollständigkeit halber. Ich mache hier keine Werbung. Ihr müsst unbedingt kaufen. Es ist einfach nur ein Informations-Event hier. Die Flaschenpost ist keine Werbung für das Spiel, in dem Sinne, also für das Geld ausgeben. So rum, Werbung für das Spiel schon, aber keine Werbung für das Geld ausgeben, sondern einfach ein Informationsformat. So soll es zumindest gesehen werden, so bittig darum zumindest. Also, fangen wir direkt an. Erster Abschnitt, dazu gehört 30 Flugzeuge. Gebt dann als Belohnung Signale. Und ganz wichtig, ihr könntet nur mit amerikanischen, britischen und Commonwealth Zerstörer oder Kreuze der Stufe 5 oder 8 zusammen, also bis 8 zusammenfahren. Zufall, Koop und gewertet. Teil 2 sind 4 Millionen potenziellen Schaden. Und Teil 3 sind 300.000 Schaden an gegnerischen Schiffen. Überall gibt es dann verschiedene Signalflaggen. Überall sind dieselben Bedingungen. Und wenn man den ersten Abschnitt fertig hat, gibt es nochmal 1000 Kohle obendrauf. Auf der, so lange, warte mal, die Kampfauftragsreihe kann man nur einmal und in der vorgebenden Reihenfolge abgeschlossen werden. Abschluss, Belohnung, 1000 Kohle. Also gibt es am Ende dann auch nochmal 1000 Kohle obendrauf. So ist es richtig gesagt. Abschnitt 2 wird dann eine Woche später freigeschaltet. Nämlich der geht dann vom 8. März bis zum 29. März. Da muss man dann 8000 Base XP und Bänder erobert, unterstützt und verteidigt zusammenfarmen. Und genauso Wassereinbrüche oder Brände. Auch da gibt es dann verschiedene Flaggen als Belohnung. Und hier ist es ganz wichtig. Japanische Zerstörer kreuzer der Stufe 5 bis 8. Also das ist so anscheinend auf verschiedene Nationen gemünzt. Auch da wieder Zufall, Koop und gewertet. Viele Sachen kann man sicherlich ohne Probleme im Koop machen. Ja, Brände erobert und so eine Sachen. Das funktioniert im Koop ja hervorragend. Danach kommt Abschnitt 3. Der wird dann am 15. März für euch freigeschaltet. Da muss man in beliebig vielen Gefechten 100.000 Schaden machen, indem ihr sie in Brand setzt. Ja, also Brandschaden 100.000. Torpetotreffer, 20 Bänder muss man da zusammenfarmen. Und dann gibt es in beliebig vielen Gefechten mit den Hauptgeschützen 1000 Treffer an gegnerischen Schiffen machen. Und in beliebig vielen Gefechten 15 Schiffe versenken. Das ist Teil 1 bis 4. Und das ist dann mal nur machbar mit britischen Kreuzern, Zerstörern und Schlachtschiffe der Stufe 6 bis 8. Also da kommen jetzt das Schlachtschiffe dann auch das erste Mal ins Spiel. Und ja, auch da gibt es dann wieder Signalflacken, die ihr dafür bekommt. Und dann gibt es Abschnitt 4 vom 22. März bis den 29. März. Und da muss man dann 7 Errungenschaften in beliebig vielen Gefechten sammeln. Das ist dann sowas wie Dreadnought, Feuerfest. Was ist das? Erstes Blut. Und so eine Sachen sind dann Errungenschaften. Wenn ich mich jetzt recht entsinne. Ich glaube, das sind Errungenschaften. So kann man das wohl sagen. Dann haben wir 750.000 Schaden bei gegnerischen Schiffen verursachen. Und dann haben wir wieder drei Schiffe zu versenken. Und zum Schluss hier 20 Bänder Treffer in der Zitadelle. Also Zitadelle schießen 20 Mal. Gibt überall nochmal Signalflaggen. Hier dann begrenzt auf britische Kreuzer, Zerstörer und Schlachtschiffe der Stufe 6 bis 8. Heißt also, es ist schon eine ganz schöne Herausforderung, muss man sagen. Aber ihr habt immer eine Woche Zeit, diese Aufgaben zu erledigen. Und ja, das sollte einigermaßen machbar sein. Wenn man sehr aktiv spielt, muss man schon sagen. Wer hier Familie hat oder so, dem wird es sicherlich ein bisschen schwerer fallen. Er spielt sehr zielorientiert. Gut, als Abschluss bekommt ihr dann, wie gesagt, die Exeter und den Kapitän mit sechs Fertigkeitspunkten. Hier ist dann nochmal der Überblick. Ich persönlich habe mir die Exeter schon gekauft. Ich werde es euch natürlich vorstellen. Und ihr könnt jetzt demnächst mit einem Vorstellungsvideo bei uns im Kanal damit rechnen. Was man noch sagen kann, ist, sollte man Abschnitt 1, 2 und 3 verpasst haben. Also jetzt, dass kommende Wochenende keine Zeit haben. Und die kommende Woche oder in der Woche vom 8. bis 29. Also in der Woche vom 8. bis zum 15. März. So ist richtig. Keine Zeit haben. Ist das nicht so, dass diese Abschnitte weg sind. Sondern ihr könnt halt auch am 15. März noch einsteigen. Und Abschnitt 1, 2 und 3 dann eben gleich machen. Das ist also auch möglich. So, und dann geht es weiter. Und zwar gibt es dann die täglichen Lieferungen. Darauf möchte ich noch eingehen. Und zwar vom 28. Februar bis 14. März. Meldet euch einfach regelmäßig im Spiel an. Gibt eben Union Jack Tarnung, Creditpunkte, World of Warships Premium, Luftversorgungscontainer, Dublonen sind ja auch nochmal dabei. Also die ganzen Geschichten sind auch gut. Ihr müsst euch in 14 Tagen 10 Mal angemeldet haben, kann man sagen. Um alle Belohnungen dann eben zu erhalten. Dann gibt es natürlich Fly, Strike & Win. Das sind diese direktiven Geschichten, wo ihr dann auch wieder Luftversorgungscontainer bekommen könnt. Die enthalten ja auch diese Sammlungsgegenstände. Die Sammlung ist da dauerhaft im Spiel. Also da heißt es jetzt nicht unbedingt Druck machen. Aber wer schnell an die britischen Träger kommen möchte und die Vorzeit erhalten will, braucht eben diese Florins und die Kronen. Und die sind halt auch in diesen Containern enthalten. Die Kreuze Alaska, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Aber es gibt jetzt ja tägliche Aufträge. Und in der Vergangenheit war es immer so, dass ihr Signalflaggen, Kohle und so eine Sachen bekommen konntet. Und die haben es jetzt kurzfristig mal geändert. Und zwar im Zeitraum vom 28. Februar bis zum 19. März werden die sämtliche Belohnungen aus den täglichen Aufträgen durch Kronen und Florins ersetzt. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr eure Aufgaben erfüllt, also 250 Basis XP erfahrt habt, 500 XP, 1000 und so weiter, kriegt ihr jedes Mal Belohnungen, die dann im Arsenal sich ansammelt, in dieser vorübergehenden Währung. Und dadurch könnt ihr im Arsenal dann einkaufen. Ihr müsst das nicht für Flugzeugträger ausgeben. Ihr könnt das auch für ganz andere Sachen ausgeben, die im Arsenal verfügbar sind. Zum Beispiel auch für Signalflaggen, die ihr für Florins kaufen könnt. All solche Sachen sind eben möglich. Und ja, am Ende gibt es eben diese beiden Sachen. Und hier gibt es nochmal die Pakete, die man dann im Arsenal, wenn man sich für die Flugzeugträger interessiert, eben bekommt. Also auch mit Flaggen dabei und Premium-Spielzeit und Kohle ist auch dabei. Also ein ganzes Kram nicht zu verachten ist bei der ganzen Geschichte, es gibt ja wieder diese langfristigen Ziele, nämlich 20 Mal diese täglichen Aufträge erfüllen. Also ihr habt immer zwei Auftragschancen pro Tag, also diese zu erfüllen. Dann bekommt ihr quasi zwei Aufträge gutgeschrieben von den 20. Wenn ihr es schafft, diese täglichen Aufträge 20 Mal abzuschließen, also die erste und die zweite Reihe zusammen sind ja dann schon, wie gesagt, zwei, dann bekommt ihr nämlich die Bliska-Wiska-Tarnung. Ja, und zwar ist das die Tarnung, die ihr gewonnen habt, und zwar in der Community-Ausschreibung. Und ja, die ist dann jetzt nicht möglich, selbst wenn ihr den Zerstörer erstmal nicht habt, dann wird es eben die Tarnung in eurem Inventar geben. Und irgendwann habt ihr den Zerstörer vielleicht mal, vielleicht kann man sich den ja irgendwann mal spielen, und dann habt ihr schon eine schicke Tarnung für den Dampfer. Ja, gut, das ist die Übersicht, was jetzt ganz, ganz wichtig war, sozusagen. Und jetzt kommen wir zu dem nächsten Punkt, und zwar zu diesem hier, nämlich der Ritter von Devon. Und da kann man so sagen, solltet ihr überlegen, euch die Exeter zu kaufen, dann habt ihr zusätzlich dafür, dass ihr dann halt schon dieses Schiff bekommen habt, und ein Zehner-Kapitän und Signalflacken sind da, glaube ich, dabei und all so einen ganzen Kram, habt ihr dann eine Ingame-Aufgabe, die ihr zusätzlich erfüllen könnt. Und zwar einmal müsst ihr 100 Bänder mit diesem Schiff verdienen, das ist nur mit der Exeter möglich, gebt einen Luftversorgungscontainer, dann gibt es eine zweite Etappe, dann müsst ihr 1.000 Free-XP verdienen, gebt wieder einen Luftversorgungscontainer. In der dritten Etappe gibt es dann, ja, 10.000 XP zu verdienen, also die muss man erarbeiten. Das ist nicht Base-XP, sondern eben alles inklusive Modifikatoren. Dann gibt es nochmal einen solchen Luftversorgungscontainer. Im vierten Slot ist es dann ganz genauso, ihr müsst 1.000.000 Credit-Punkte Umsatz, nicht Gewinn am Ende des Gefechts, sondern Umsatz verdienen. Gebt wieder so einen Container, und dann hat man die Reihe abgeschlossen, und dann kriegt man zum Schluss noch einen Premium-Container. Und dazu, wenn ihr denn diese letzte Schlacht der Exeter-Reihe durchspielt und bis zum Ende alles schafft, dann würdet ihr nochmal 4.000 Tublonen oben drauf geben. Das ist ungefähr ein Gegenwert von 15, 16, 17 Euro. Alleine die Tublonen, wenn man sie einzeln im Store kaufen würde. Ja, und dann halt den Premium-Container oben drauf, dann hat man knapp 20 Euro zusammen, und dann hat man für dieses Schiff, wo man noch Signalflaggen für erhalten hat, einen Kapitän, einen Portslot und so weiter, 9 Euro irgendwo ausgegeben, minus die Signalflaggenwerte. Also, es kann sich lohnen. Entscheidend ist, diese Aufgabe hat ein Ablaufdatum, und zwar der 22.3. Und wenn ihr eben richtig aufgepasst habt, dann wisst ihr, dass der vierte Teil der letzten Schlacht der Exeter erst am 22.3. anfängt. Also, diese Aufgabe ist dann abgelaufen und ist dann nicht mehr verfügbar. Das nur zu eurer Information. So, nächster Punkt ist dann der Premium-Store. Gehen wir mal zurück in die Website und schauen hier in den Premium-Store. Gehen wir auch hier nochmal ganz nach oben. Ich habe mir das natürlich vorher angeguckt. Also, seit heute sind dann auch diese Erst-Supply-Premium-Container im Spiel verfügbar und im Store für, ja, als 1er Set, 5er Set, 20er und 40er Set. Ob ihr das ausgeben möchtet oder nicht, müsst ihr euch selber überlegen. In diesen Containern können drin sein vier verschiedene Schiffe. Der Forschungsschiff Edinburgh oder eben die Prämie-Schiffe Hood, Duke of York, Vanguard. Wer sie haben möchte, hat da vielleicht eine Chance, wenn ein bisschen gambeln will. Ja, in den Premium-Containern sind dann natürlich auch Florins drin, und zwar 100. Ja, in den Stand-Containern sind 50 drin, und eben die erhöhte Möglichkeit, eine Aufgabe zu bekommen, um dann die Hood, Edinburgh, Duke of York oder Vanguard eben frei zu spielen. Dazu gibt es Gegenstände für die Sammlung natürlich, Signalflaggen, besondere britische Tarnungen, also die übliche Geschichte. Dann ist seit Donnerstag das Paket Alaska auch im Premium-Store verfügbar. Ob man das jetzt gut findet oder nicht, das muss jeder für sich selbst beurteilen. Könnt ihr mir gerne unten in die Kommentare schreiben, ob ihr darüber enttäuscht seid oder ob ihr euch darüber freut, weil ihr eine Million Free-XP sparen könnt und möglicherweise für das nächste Schiff euch aufheben könnt. Oder ja, ob ihr eher sagt, schade, dass die Alaska ein bisschen entwertet wird, weil es halt eben irgendwie schon so ein Symbol ist, dass man eben eine Million Free-XP mal zusammengefarmt hat. Muss man halt auch mal sagen. Das Paket ist bis zum 29. März verfügbar. Es gibt einmal halt das Admiralspaket mit jeder Menge Verbrauchsmaterial. Und dann gibt es das Standardpaket, das ist halt der Hafenliegeplatz das Schiff und die Kampfaufträge, die dazu gehören. Ich bin jetzt schon mal ganz kurz Probe gefahren. Fühlt sich interessant an, das Schiff muss ich ganz ehrlich sagen. Hält jetzt zwar im HE-Hagel nicht mehr so viel aus, ist klar, ist nicht die dickste Panzerung, aber es macht Spaß. Kann man prinzipiell so sagen. Das hier ist das Exeter-Admiralspaket, was ich eben schon mal erwähnt habe. Da sind halt auch jede Menge Flaggen dabei und ein Zehner-Kapitän und ein Liegeplatz und so weiter. Auch das ist auf der T5-Stufe ein ganz netter Kreuzer. Die Reichweite ist überschaubar mit 14,6 Kilometer wandert. Ihr geht, wenn ihr geskillt habt, 9,6 Kilometer auf. Also wenn ihr auf Tarnock geskillt habt, habt ihr so ein Speckgürtel von so 5 Kilometer roundabout auf T5. Und ihr habt eben zusätzlich dann die Möglichkeit, diese 4.000 Dublonen mitzunehmen, wenn ihr die Aufgaben durchspielt. Und eben die Luftversorgungscontainer. Müsst ihr selber für euch, wie gesagt, wissen, ob ihr das eben machen wollt. Was man vielleicht noch erwähnen kann, ist die Torbrechenwette von 8 Kilometer und der ordentliche Torbschaden von 16.000 Trefferpunkten. Ein bisschen aufgerundet. Alpha-Damage, wohlgemerkt. Dann gibt es wieder die nächste Aktion und zwar für einen alten Bekannten, die Alabama. Dafür gibt es aktuell 15% Rabatt im Store. Ist vielleicht für den einen oder anderen, der die Alabama schon immer mal haben wollte oder geliebäugelt hat, vielleicht eine interessante Möglichkeit. Die Ashitaka wird aktuell vermietet. Gestern hattet ihr im Livestream, im spontanen Livestream, die Chance, so ein Leihschiff quasi von mir geschenkt zu bekommen. 7 Tage kann man dieses Schiff dann benutzen und hat gleichzeitig noch, wenn man sich dann während des Miettraums dafür entschließt, 4,49 Euro Rabatt auf den Kaufpreis. Wie gesagt, habe ich gestern mal verlost. Ich bin mal gespannt, wie da das Feedback ist von demjenigen, der gewonnen hat. So, und dann gibt es hier unten noch jede Menge verschiedene Angebote, Dublonen und so weiter und so weiter. Das ist aber das Übliche, was im Premium Store halt immer mal so drin ist. So, und dann kommen wir zum letzten Punkt. Der letzte Punkt ist dann ein bisschen Werbung für uns selbst. Und zwar finden wir morgen, also an dem Samstag, ich gucke jetzt nochmal genau auf das Datum, am 2.3. ab 20 Uhr findet unser Geburtstags-Livestream statt. Das ist dann der Abschluss-Livestream für unsere Geburtstagswoche. Wir haben es bis jetzt geschafft. Also Stand heute jeden Tag live zu streamen, seit letzter Woche Samstag. Und haben auch jeden Tag in unseren Livestreams Dinge verlost, verschenkt. Wenn wir heute einen Livestream schaffen sollten, ich habe noch ein bisschen Videos zu tun, aber danach wird es einen Livestream geben. Dann würde auch heute Abend was verlost werden. Natürlich dann eben Luftversorgungscontainer, die dann da sind. Und natürlich findet ihr auch morgen Luftversorgungscontainer in unserem Multi-Livestream. Ja, da ich streame auf YouTube und auf Facebook und mein Kompagnon, mit dem ich zusammen streame, der streamt auf Twitch. Und seine Adresse findet ihr dann auch hier angezeigt. Die werden wir natürlich auch in unserem Kanal unten in dem Livestream dann verlinken. Außerdem möchte ich nochmal final darauf hinweisen, noch läuft unser Giveaway-Aktion. Wir sind zwei Jahre alt geworden und wir verlosen unter allen Teilnehmern einen Gesamtwert von 80 Euro. Und zwar für euren Wunschartikel. Der erste bekommt eben 50 Euro, der zweite 20 und der dritte 10 Euro. Und dafür kann er sich dann etwas wünschen, je nachdem welchen Platz er dann belegt. Also schaut euch einfach das Video an, macht mit und ihr habt die Chance, sogar wenn ihr den ersten Platz belegt, ohne Probleme einen Premium-Schiff aus dem Store hier mitzunehmen. Vielleicht die Alabama, wenn sie euch gefällt. Oder eben sogar die Exeter oder wie auch immer ihr das eben möchtet. Ja, das ist wie gesagt nur eine Einladung, ein Angebot an euch. Würde mich freuen, wenn ihr das wahrnehmt. Ja, wir sehen uns auf jeden Fall dann wieder. Und jetzt bleibt mir nur noch Danke zu sagen für eure Zeit, dass ihr dabei wart. Und vielleicht, dass ihr eine oder andere Info noch mitgenommen habt, die ihr noch nicht hattet. Wenn dem so ist, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Und wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, gerne auch ein Abo. Sollte euch das hier so sehr gefallen, dann vergesst auch nicht, uns weiter zu empfehlen. Das ist immer ganz wichtig für uns persönlich. Und sonst immer gerne kommentieren. Auch konstruktive Kritik wird hier gerne gelesen. Ja, und dann sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein hier auf dem Seacross-Kanal. Bis dann. Ciao, ciao. Euer Marara, euer Seacross-Team. Euer Marara, euer Seacross-Team.